Das ist einmal die Rezension für die Kissenbezüge von JSL Home. Es gibt in diesem Package zwei Stück. Das eine habe ich schon fertig. Das andere hatte ich schon mit diesem Kissen belegt. Wie man auf den Bildern sehen kann, es passt auch soweit. Hier ist der Reißverschluss. Damit kann es dann logischerweise einmal hineingequetscht werden. Was halt wichtig ist, dass die Kissengröße passt. In meinem Fall, ich musste ein bisschen mehr Druck machen. Ansonsten hätte das nicht gepasst. Die Farbe logischerweise Orange. Design wie auf den Bildern. Je nachdem, welches Kissen drin ist, kann man halt mehr oder weniger drauf sitzen oder liegen. In meinem Fall nutze ich es aber eher nicht zum liegen, weil ich die falschen Kissen dafür habe. Als Deko. Als Deko sind die aber wunderbar, wenn man sie ordentlich hinknutscht. Von daher hatte ich jetzt zwischendurch schon mal versucht, versehentlich irgendwie was drauf zu kleckern. Aber irgendwie ist das Material sehr widerstandsfähig. Also ich habe es nicht hinbekommen, die Kissen dreckig zu machen, ohne zu übertreiben. Also mit einem einfachen Lappen und ein bisschen Wasser geht alles wieder ab. Je nachdem, welches Kissen man reinmacht, ist es auch mehr oder weniger flaschig, wenn wir zum drauf sitzen oder für Deko. Von daher fahre meiner Seite aus. Ich bin damit sehr zufrieden. Ist nicht gerade günstig mit 36 Euro, aber Qualität kostet halt. Ja, fünf Sterne. Nachdem, wie ich die Kissen da habe. Untertitelung des ZDF, 2020